Der Narzissmus gehört zu den sogenannten Persönlichkeitsstörungen. Die sogenannte narzisstische Persönlichkeit soll eine Persönlichkeit sein, die vor allem sich um Selbstliebe und eigene Größe dreht. Und klassischerweise wird jemand als narzisstisch beschrieben, wenn er sehr von sich überzeugt ist und gerne sehr viel Platz einnimmt. Das ist aber nicht der Narzissmus, der aus medizinischer Perspektive gemeint ist. Aus medizinischer Perspektive reden wir von narzisstischen Persönlichkeiten, wenn die Frage um die Größe eigentlich nicht das Ganze, aber das überwiegende Handeln bestimmt. Also alle Entscheidungen, die ich treffe, wie groß das Auto ist, das ich mir kaufe, mit welcher Frau ich mich verabrede und so weiter, werden nach Kriterien der Größe und der Wirkung nach außen getroffen. Dann würde man von einer narzisstischen Persönlichkeit sprechen, wenn die Persönlichkeit überwiegend mit diesen Fragen beschäftigt ist. Ja, das ist, was die psychischen Erkrankungen geht, ohnehin immer das Problem. Es gibt ja keine objektive Grenze. Also muss es irgendwer beurteilen. Entweder sind es die Mediziner oder derjenige selbst. In diesem Fall ist es so, jemand, der eine im Kern narzisstische Problematik hat, wird so lange glücklich sein, solange die Bestätigung enorm ist. Also wenn ich auf der Spitze meines Erfolgs bin, als Popstar oder sonst wie, dann habe ich meist keine großen Schwierigkeiten. Wenn aber diese Rückmeldung und diese Bestätigung fehlt, dann kommt es ganz klassisch zu depressiven Symptomen, Unglück, Schmerz, Suizidfantasien und Ähnlichem. Und dann entsteht ein sogenannter Leidensdruck und dann kommen die Betreffenden in Behandlung. Wenn Narzissten andere quälen durch ihre Art, weil sie so viel Raum einnehmen und es immer nur um sie geht, dann wünschen zwar sich viele, dass die in Behandlung gehen, aber in diesem Stadium, wo man noch Publikum hat, geht man nicht in Behandlung. Also der Leidensdruck ist gebraucht, der persönliche. Man kann natürlich Narzissmus behandeln, aber Sie fragen natürlich zu Recht, mit welchen Aussichten. Das Problem der Persönlichkeitsstörung, der sogenannten ist, das ist ja zeitstabile Verhaltensmuster, sind schon über viele Jahrzehnte. So sehr ich als Psychotherapeut meinen Narzissmus gern befriedigen würde und sage, ich kann das alles, kann bei allem helfen, muss man natürlich realistische Ziele machen. Aber natürlich gibt es Behandlungsmöglichkeiten, an erster Stelle sicher die Psychotherapie zu nennen. Das heißt, im gemeinsamen Gespräch diese Verhaltensmuster erkennen und Alternativen ausprobieren. Parallel gibt es natürlich auch neben der klassischen Einzeltherapie andere Psychotherapie-Formen, aber am Ende läuft alles auf die gemeinsame Begegnung und Auseinandersetzung in der Therapie hinaus. Medikamente, die gezielt in irgendeiner Form eine Persönlichkeitsstörung behandeln würden, gibt es nicht. Medikamente, der Medicetahre oder aktuelle benötigt werden für die Kabaleher. Untertitelung des ZDF, 2020